Hallihallo allerseits und ein herzliches Willkommen zurück. So, das war nicht so ganz schlau egal, dann hauen wir hier noch ein bisschen Stein weg. Damit wir ein bisschen mehr Stein haben, dann können wir gleich nicht mehr nützen. Ein Moment am Setzen. Ein bisschen auf jeden Fall, noch ein paar Eisenstangen machen. Können wir vielleicht die eine Stelle da vom Turm schon mal ein ganzes Ende fertig machen. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken, wie sich diese siebte Horde so verhält. Ob wir das ganz gut schaffen oder ob es nochmal richtig eng wird. Ich weiß es noch nicht. Gucken, da hinten ist auch nur so ein ganz normaler Stein, ne? Ja, hier ist ja noch ein bisschen was. Hier, komm, den nehmen wir auf jeden Fall eben mit. Ne, auch nochmal ein bisschen mehr Eisen. Und hier durch Zufall noch irgendwie welche? Ja, sind alles nur noch ganz normale Steine, ne? Boah, in einem Nest so auf einen Schlag 20 Federn. Das ist natürlich auch mal gut. So, ich würde sagen, gleich 12 Uhr. Und könnten wir so langsam mal hier zurückkehren. Vorbereitung treffen. Das klingt also, als wenn ihr je jemanden durch den Graf verurscht. Flugzeug. Da kommt's. Da hinten hat er's abgeworfen. Boah, ist ein ganz schönes Stück, ne? Also zu rennen lohnt sich's nicht. Das ist zu weit. Hier sind wir auch noch nicht mal ganz fertig. Oh man, müssen wir auch noch hier fertig machen. So, zack. Einmal hierher. Dann können wir hier erstmal 6000, ne? Das ist doch schon mal ein bisschen was. Jetzt haben wir natürlich keinen Bruchssand. Dann mach ich, sag ich mal, machen wir 300 Stück mal. Dann können wir das schon mal schmelzen. Okay, gehen wir mal einschalten. Gehen wir auch mal hier einschalten. Können wir gleich noch mal ein bisschen was mit Zement machen. So, hier machen wir auch noch mal ein bisschen Bruchssand. Da sind wir einmal beides hier. Das kann da, hier sind wir mit rein. So, die Teilchen können da nicht mehr rein. Oh na, die müssen wir auch endlich mal nutzen. Die Teile alle bauen. Die Sachen, die wir da haben, ey. Everybody macht da so komische Räuche. Wo kommen die näher? Ist das die Vorhute oder was? Ihr macht es doch schon jetzt alles. Das ist ja hier kaputt, was ich extra aufgebaut habe für die Horde. Kann aber nicht wahr sein hier. Ist von den Krankenschwestern auch noch hinterher, oder was? Ups. Oh, ne. Ist doch noch eine Schreitante, oder was? Da wollen die mich verarschen, oder was? Hier ist sowieso die Leute da. Jetzt kommt noch eine Horde aufgrund der Schreitante da hinterher. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Oh, Mann. Fällt die nochmal auf? Ne. Überblieben. So, ist jetzt noch jemand, der hier... Ja. Da. Da kommt noch einer, ja. So, Pfeile sind dann gleich auch wieder auf. Mann, Mann, Mann. Man wurde es noch nicht mal da. So. Na gut. Ich würde sagen, dann noch hier, äh... Ach, Quatsch. Das soll ich ja gar nicht. Äh. So, da. Spitzen. Spitzen aus Stahl. Da. Machen wir nochmal hier. 54, können wir momentan nur. Na komm, man macht die 56 Stück jetzt mal. Egal. Quatsch, ich muss jetzt mal warten. Ich muss jetzt mal, was ist denn das denn? So. Den einen, den können da eben rein. So, dann hier. Unserem Bruchsand. Zack. Hier damit. Betonmischung. Zack. 300. Mixen. Und mixen. So, den kommen jetzt... Der kommt jetzt mal da rein. Das kommt eben da mit rein. Kann auch jetzt eben da rein. Hm. Da bräuchten wir gleich auch nochmal ein paar hier von, ne? Und Stahlgerüsten. Stahlgerüst. Wunsch, du gehst. So, die können schon mal hier. So, die können auch schon mal gestellt werden. So, klopp. Reicht das von hier oben? Ne, ne? Logisch nicht. Dann müssen wir es gleich machen. Dann füllen wir jetzt mal ein paar mehr mit. Wir können hier aber eben... Stahlpfeil. Zack. Fertigen. So, die schon mal gleich wieder herstellen. Hm. Die bliebige Erde kommt da jetzt mit rein. Dann können wir... Wie viel haben wir da jetzt von? Stahlgerüst. So, nochmal 20 Stück herstellen. Da können wir schon mal hier wieder. Zement. Zement. Fertig. So. Dann können wir hier vorsorglich schon mal... Das müssen wir auch endlich gehen. Wir steigern mal, dass wir da hier... Wassertechnisch und Nahrungstechnisch irgendwie besser gestellt sind und nicht so oft was essen und trinken müssen. So, äh... Nochmal die 22 Stück hier stellen. Dann haben wir wohl jetzt mal ein paar, ne? Gut. So. Ach so. Warte. Nix. So. Hier. Wir sind fast so runtergesprungen ohne Betonmischung einzupacken. 34 Stück ist auch nicht so, die Welt, ne? Egal. Stellt ihr noch her. So. Dann. Haben wir hier. Zack, 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 zack. So. Hier nochmal genau das gleiche. Der war schon wieder falsch hier. Gut, die haben wir jetzt noch. Fünf, okay. Dann war es das auch genau. Ja, das ist nervig, mir eben immer rumlatschen. Da müssen wir uns echt irgendwas überlegen. So, einmal schnell hier hoch. Ey. Oh, holzt ihr alle? So, zack. Okay, so, das kam weiter. Dann eben einmal Eisenstangen. Hier können wir schon mehr machen. Eine, toll. Na gut, fertige die eine. Dann, zack, das eben hier. Na, Zement. Können wir gleich nochmal Zement ansetzen. Jo. Genau so, gut. Betonmischung. 150. Und 142 nochmal ansetzen. 22 Stück. Gut. 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 So, da müssen wir die Richtung jetzt gleich auch noch, ne? 14, meine ich, bräuchten wieder 7 und 7. Ja. Also eben, zack, einmal hierher. Zack. 10 Stück eben. Und dann hier nochmal Eisenstangen. Zack. Nochmal 2 Stück. Das ist gut. So, plopp. Einmal hier runter. Zack. So, wir sind bei 4. Das passt. Wir brauchen ja viel mehr. Fällt mir gerade so auf. Quatsch. 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 Fand ich so ganz schlau. Zack. Ammer hier damit. Ammer hier damit. Bruchson. 300. Erstmal. Zack. Aber da müssen wir auch, bevor die nächste Warte dann am Gange ist, dass wir da irgendwie nochmal ein bisschen was machen. So. Jetzt muss der hier auch wieder eins überstehen. Da muss dann nicht die nächste Brücke dran. Was ist mit den Stahlgerüsten? Hm. Zack. Quatsch. Stahlgerüst. Wieviel können wir? 74. So viel brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir letzten Endes schon. Aber sagen wir erstmal 50 Stück. Eisenstrahl. 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 Ah, hier haben wir immerhin schon mal. Hm. Äh. 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 Ach, weiß was. Hier geht viel einfacher. Hier. Zack. Copy Rotation. Okay. So, häufig sind schon mal die ersten. Ach so, hier braucht der nur noch eine, ne? So, dann brauchen wir hier noch 1, 2, 3. Und da genau das gleiche, also 9. 9 Stück bräuchten wir da noch von. Eisenstangen. Das war's auch schon wieder. Kriegen wir im Moment auch nicht mehr von zusammen. Außer die eine vielleicht noch. Hm. Wir könnten mal hier, ups, hier von die Hälfte nehmen. Da noch ein bisschen was von reinpacken. Dann haben wir nochmal 2 hier. Ups. Oh, das Gewitter naht. So, haben wir immerhin bis da vorne schon mal 2. Dann können wir jetzt eben einmal gucken, was brauchen wir im Moment nicht mehr. Das kommt schon mal alles hier rein. Die Schroßwinte, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die kommen letzten Endes da nachher hin. Schraubenschiss, den können wir uns auf jeden Fall auch nochmal neu herstellen. So, das Blatt hier drüben. Können wir eigentlich... Oh, ne, nicht schon wieder hier. So eine blöde Schreitussi. Wo ist denn die? Da. So. Die sollte auf jeden Fall keine Horde ausgelöst haben. Ja, das mit den Eisenstangen hier. Da ist ein bisschen schade, dass wir das nicht noch... Zwei Stück können wir schon wieder... Das könnte knapp werden. Aber das könnte nachher tatsächlich noch reichen. Obwohl wir hier natürlich auch noch ein paar Spitzen aus Stahl machen müssten, ne? So, hauen wir uns hier. Das können wir jetzt ja schon mal vorab machen. Nehmen wir hier nochmal ein paar Eierchen mit Speck. Quatsch, das wollte ich eigentlich sein. Na egal. Komm, dann kommen die da mit rein. Da auch Stahl. Ach, komm hier. Fertigen wir jetzt 20 nochmal. So, eher hier. Copy Votation. So, eine Seite. Haben wir. Wäre ja schön, wenn wir wenigstens vier Stück noch im Kriegen, ne? Dann kann da auch so ein bisschen die Zogen kommen. Wenn wir die wenigstens noch zusammen bekommen. Okay, fehlt noch ein bisschen Eisen. Die können wir allerdings schon mal nehmen hier. Und dafür können wir Stahlpfeile herstellen. Dann haben wir die noch. So, die Zugbrücke ist auf jeden Fall schon mal hoch. Da dürfte nichts passieren. Die Klappe ist dicht. Die Türen nach unten sind auch zu. Das kann da schon alles mit rein. Eisenstangen. So, fertig die eine schon mal wieder. Zement hier. Können wir schon mal wieder ansetzen. Ach, sind gar keine Steine mehr drin, oder? So, da nochmal Zement. Und da 22, ja, eine können wir schon wieder hier. Okay. Ah, los, komm. Los. Gut. Zack. Nachher verbaue ich mich da noch wieder. So, wäre das nicht schön, wenn wir das dann noch dicht kriegen. Ah, ist doch noch ein bisschen, aber gut. Äh. Gott. So. Komm. Machen wir den einen hier noch eben. Gut. Gut, jetzt haben wir das wenigstens zu. Da können sie nicht hoch, weil da ein Vorsprung ist. Und der Seite ist auch ein Vorsprung. Jo, geil. Und dann kommt, wie gesagt, da der nächste Turm hin. Mit dem Fahrstuhl nach oben. Jo. Und da müsste das passen, ne? Dann kommen wir nämlich auch schön von der Seite hoch. Ich würde sagen, schon einmal hier durchladen. Ist, ist, ist. Ist auch durchgeladen. Haben wir noch andere Munition? Da ist es doch gar nicht. Ach, Mann. So. Da. Hätten wir auch noch andere Munition. Die packen wir lieber auch nochmal ein. Hier, wa? So. So, komm. Die kriegen wir nicht mehr. Verdammt. Weil. Ja. Uns ein bisschen Eisen fehlt. Das ist 98, 99, zack, fertig. Gut, sie läuft. So, die eine da noch. Gut. Das reicht, das reicht. Das ist schön. Das ist wirklich schön, dass das noch gerade passt. Sehr gut. Haben wir. Hier unten ist Silfen mit rein. Und dann, ihr Lieben, kann das losgehen mit der Horde. In der nächsten Folge. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.